hallo und herzlich willkommen liebe zuckerfreude ja und herzlich willkommen zu einer weiteren folge crisis und ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt ich wollte heute früh aufstehen und ich bin früh aufgestanden wollte eigentlich viel erledigen und nach stunden erlebe ich wieder ich habe es wieder nicht geschafft aber jetzt ganz schnell sie sind im labor profit sie müssen da rein bevor sie was finden ich zähle auf sie man infiltriere das wagerhaus zerstöre hinweise auf ghouls aufenthaltsort taktische optionen verfügbar äh ja ähm jetzt müssen wir mal gucken wie wir ihn hier ausschalten tarnfeld aktiviert so der tarnfeld ist gleich wieder alle die frage ist natürlich jetzt wie wie stellen wir das am besten an tarnfeld aktiviert wo müssen wir hin wir müssen dort in das gebäude erstmal hier rauf dann hier holt er wow 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 hier ist ein bisschen scheiße wir können uns die tüten sehen tarnfeld aktiviert ok das ging noch gerade gut wir stellen uns mal hier hinten hin ich muss mal ganz kurz gucken ok das blöde ist wir haben was haben wir da optische optionen granaten greifen ok tarnfeld aktiviert rauch tarnfeld aktiviert ok jetzt kommen sie tarnfeld aktiviert soo mir gefällt das nicht sie wissen dass der scheißkerl einen tarnmodus hat oder wenn wir uns in diesem bau wunderbar kuss man am Boden soo jetzt sind wir da ist es nicht mach sie soo jetzt soo jetzt Okay. Okay, wir haben jetzt... Ich hab ihn verloren. Timefeld aktiviert. Teflut. Erfinde Feuerunterstützung! Mach's mal hin. Verdammt! Schweres MG! Schweres MG! Sieht doch gut aus, oder? Schenke dich klein erst! Schweres MG! Schweres MG! Schweres MG! Schweres MG! Schweres MG! So, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ist der Typ jetzt? Das Ding hat aber nicht mehr viel Schuss. Ähm... Schweres MG! Schweres MG! Ähm... Okay... So, wir müssen jetzt irgendwo hin... Wir müssen da oben hoch... Schweres MG! Vorrücken! Los, los! Schweres MG! Schweres MG! Mann am Boden! Teufel aktiviert! So! Oh! Warte... Warte... Okay... Äh... So, wo müssen wir denn jetzt rein hier? Müssen wir jetzt hier irgendwo rein? Oah! Oah! Er will die Feuerausmachtel zum! Tarn-Fair aktiviert! Schweres MG! Da! Tarn-Modus ist aus! Oh! Oh! Tarn-Fair aktiviert! Oh! Da rüber! Brauche Unterstützung! Okay, wir haben schon auf jeden Fall mal einen Kontrollpunkt direkt. Achtung! Vorfeld ist im Gebäude! Er ist auf dem Weg nach oben! Termfeld aktiviert! Lichtkontakt verloren! Drücke! Scheiße! Mann ey, die Waffen sind echt irgendwo... ...total blöd, äh... ...gelöst worden! Oh, Alter! Oh! Das geht hier irgendwie gerade nicht ganz gut. Termfeld aktiviert! Okay. Äh, wir werden mal ganz kurz hier noch unser Dings, äh, auffüllen. Ich glaube, ich habe auch irgendwie die falsche Waffe hier für den... ...für diesen, äh... ...für das Gebäude. Was? Achoo! Ey, wie konnte mehr der mich denn sehen jetzt gerade, Alter? Termfeld aktiviert! Hm. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hoch. Jetzt hier mit dem hier hoch. Okay. Okay, ich habe sie auf der Überwachungskamera. Da oben sind, äh, drei Mann! Erledigen Sie sie, bevor Sie was finden! Er hat es anscheinend eilig. Terminals hochfahren! Termfeld aktiviert! Von allen Tropiken! Na toll! Verstanden! Gebiet durchsuchen! Wir waren vor! Wir sind jetzt hier! Hau was rein! Erledige ihn! Termfeld aktiviert! Zerstören Sie das Terminal und hauen Sie ab, Profit! Ein Hubschrauber ist in Ihre Richtung unterwegs! Behandeln Sie sich! Scheiße! Er ist hier! Oversight! Ziel ist im Labor! LWG aktiviert! Aktiviert! Zon! Zon! Oh! Gratul! Zon! Oh! Uh! Okay! Zon! Und zeigend! Zon! Zon! Azur 1, Ihr Ziel ist im Labor im Lagerhaus. Erledigen Sie ihn. Verstanden, Sir. Okay, und wie kommen wir jetzt hier weg? Kontrollpunkte erreicht. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg. Jetzt liegen wir in Zellkampf und Schlauern. Ja toll. Wie soll ich das denn machen? Oh nein! Sie zerlegen das Labor! Jahrelange Forschung, einfach weg! Okay. Ziel gesichtet! Die Treifen ab! Taufe aktiviert! Taufe aktiviert! Taufe aktiviert! Hier ist auf Tur 7! Schütze ausgefallen! Wir drehen ab! Okay. Alter Schwede. Zieh ab! Zurück! Erfrenge unseren Schütte! Bleib! Alter Schwede! Tarn wird aktiviert Achtung, er ist im Tarn-Modus, kommt vermutlich vor unserer Flanke Bewegung Er ist tot, bestätige Mann am Boden ist Tarn wird aktiviert What the fuck, Alter Wo sind die Pern-Netzungen? Warum die sich gerade irgendwie gegenseitig um? Ziel in Reichweite, erledigen Sie sie! Ziel in Reichweite, erledigen Sie sie! Gebiet durchsuchen, er ist nirgendwo da draußen Er ist tot, bestätige Mann am Boden What the fuck, Alter Alter, die schießen auf mich. Ja, 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 ja. Ist doch... Okay. Dies ist ja unmöglich. Ich könnte dieses Spiel... Manchmal ist das so crazy, dieses Affen-Tippen-Spiel und... Wir müssen mal schauen, wie wir das beim nächsten Mal hinkriegen. Oh my god.